Hallo zusammen, es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Video habt ihr euch gewünscht und zwar geht es über die Autobahn. Ihr werdet in diesem Video erfahren, wie ihr richtig auf die Autobahn fahrt, wie ihr auf die Autobahn überholt und natürlich auch wieder wie ihr von der Autobahn runterkommt. Alles das im heutigen Video. Erstmal ein Intro. Ja, bevor ihr überhaupt auf die Autobahn kommt, müsst ihr natürlich wissen, was für Anforderungen die Autobahn hat. Ihr müsst ein Fahrzeug haben, das mindestens 80 km pro Stunde fahren kann. Das heisst nicht, dass auf der Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde gilt, aber das Auto, das ihr habt, das muss 80 km pro Stunde erreichen. Dann auch ganz wichtig, wir erkennen an der Autobahn. Die Autobahn und auch die Autostrasse in der Schweiz sind die immer grün signalisiert. Im Ausland, z.B. Deutschland, sind die blau. Also könnt ihr das nicht verwechseln. Dann auch ganz wichtig, die Autobahn ist immer richtigstrend. Also ihr habt einen Leitplan zwischen den zwei verschiedenen Richtungen. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Vignette, sonst wird es dann teuer. Ihr müsst in der Schweiz eine Vignette haben am Auto. Die kostet 40 Franken. Wenn ihr ohne Vignette herumfahrt, dann gibt es eine Buss von 200 Franken. Genau gleich auch auf der Autostrasse. Also auf keinen Fall vergessen. Die Altvignette ist bis am 31. Januar gültig und dann müsst ihr die neu für das neue Jahr dann wechseln. Dann die Autostrasse. Der einzige Unterschied, was ihr dort eigentlich habt, ist das Zeichen. Also es ist auch grün. Aber ihr habt vor allem den Gegenfrieren, ohne dass ihr eine richtige Trennung habt. Also ihr habt keine Leitplanke zwischendrin. Den Gegenfrieren habt ihr direkt neben euch. Und das kann natürlich je nachdem auch gefährlich werden. Ganz wichtig, Autostrasse und auch Autobahnen dürfen ihr erst befahren, wann ihr prüfungsreif seid. Also im Prinzip dann, wann ihr einen Termin für die Praktischprüfung habt. So, jetzt haben wir aber genug geredet. Jetzt gehen wir fahren. Als die erste Autobahn einfährt, verlauft sehr lange parallel zu der Autobahn. Da kann man schon mal frühzeitig runter schauen und schauen, wie schnell der Verkehr dann fährt und so seine Geschwindigkeit anpassen. Ich fange jetzt recht früh schon mal im Aussenspiegel an zu schauen. Jetzt haben wir noch ein Auto im Winkel, den lassen wir vorbei. Macht ganz einen guten Seitenblick, wenn es dort gut ist. Blinke und fahre rein. Und erst, wenn wir drin sind, dann schalten wir in den höchsten Gang. Also die Einfahrt habe ich jetzt im vierten Gang genommen, weil wir schon 80 km pro Stunde haben dürfen fahren. Bei dieser zweiten Einfahrt haben wir auch eine klassische Einfahrt, wo wir keinen Vortritt haben. Ihr habt jetzt gesehen, dass das Autobahnschild, also theoretisch wäre jetzt 120. Wenn es nicht anders signalisiert wird. Auch bei dieser Einfahrt haben wir keinen Vortritt vorne. Das heisst, wir beschleunigen jetzt kräftig im dritten Gang. Schauen wir früh im Aussenspiegel. Jetzt ist es gerade frei. Dann den Seitenblick. Blinken rein. Und erst, wenn ihr rein seid, geht ihr wieder in den höchsten Gang. So, wir fahren bei der Raststätte raus. Jetzt haben wir gerade das 500-Meter-Schild gehabt. Nach dem 500-Meter-Schild zählen wir fünf Leitpfosten. Dann haben wir ungefähr noch 250 Meter. Dann blinken wir rechts. Wir machen einen Seitenblick und fahren raus auf den Verzögerungsstreifen. Und erst auf dem Verzögerungsstreifen wird bremst und runtergeschaltet. Ich empfehle den vierten Gang. Es gibt aber auch Fahrlehrer, die den dritten Gang empfehlen. Durch die Raststätte-Touren haben wir 40 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit signalisiert. Schaut auch da, wenn ihr durchfahren, was die Leute an der Tankstelle machen. Wenn die losfahren und nicht schauen, dann kann es gefährlich werden. So, auch da wieder kräftig beschleunigen, frühzeitig im Aussenspiegel schauen. Jetzt haben wir den Mercedes-Car. Den haben wir jetzt vorbeilahnt. Seitenblick. Blinken rein. Und erst dann wieder den höchsten Gang. Der Abstand auf der Autobahn, zwei Sekunden oder der halbe Tacho. Das heisst, wenn ihr 100 km pro Stunde fährt, wäre das 50 Meter Abstand. Die Leitpfosten auf der Seite, die haben 50 Meter Abstand. Da könnt ihr euch gut an diesen orientieren. die nächste Autobahneinfahrt auch eine klassische. Auch da haben wir das Autobahnschild. Wenn nichts anderes steht, wäre jetzt auch hier 120 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Die Rechtskurve ist relativ langgezogen. Das heisst, wir können hier schon mal den vierten Gang schalten und kräftig beschleunigen. Ihr seht, wir haben keinen Vortritt. Frühzeitig Aussenspiegel checken, Seitenblick, wenn es gut ist blinken und reinfahren. So, auch da wird die Ausfahrt von der Raststätte. Nach dem 500 Meter Schild, fünf Leitpfosten zählen, beobachten, blinken, nach beobachten, rausfahren und erst wenn ihr draussen seid, geht ihr in den vierten Gang. Auch da haben jetzt zuerst 60 signalisiert und da vorne dann 40. Das machen wir mit dem dritten Gang. Fahrt im dritten Gang durch die Baustelle durch, durch die Raststätte. Auch da wieder schauen, was machen die Leute auf der rechten Seite. Sobald ihr seht, es kommen keine Autos, keine Lastwagen von rechts, dann könnt ihr wieder anfangen zu beschleunigen. Ihr seht links unten in den Aussenspiegel eingeblendet. Auch bei der Einfahrt haben wir keinen Vortritt. Jetzt kommt noch ein Auto, links vor uns, den lassen wir vorbei. Seitenblick, linken, rein. Die Einfahrt ist ein bisschen speziell. Wir haben hier zwei Einfahrten nacheinander, weil teilweise der Partei veroffen ist und somit dann die eine Einfahrt entfällt. So, jetzt haben wir eine ganz einfache Einfahrt. Ihr seht das Autobahnschild. Und wenn ihr jetzt rechts schaut, seht ihr, dass wir auf unserer Spur bleiben können. Ganz wichtig, wenn ihr so eine Einfahrt habt, dann wechselt nicht aus lauter Gewohnheit die Spur, wird das gerechnet dann unter unnötiges Linksfahren. Wir haben momentan sehr viele Baustellen. Vielleicht noch etwas geschwind, wenn wir zu einer Baustelle sind, zu der Fahrspurbreite. Normalerweise ist eine Fahrspur zwischen 3,5 und 3,75 Meter breit. In der Baustelle ist die Überholspur teilweise 2,5 bis 3 Meter breit. Also das ist dann einiges schmäler. Darum ist es für Autos in der Regel, die breiter sind, wird 2 Meter nicht erlaubt, um links zu fahren. An das halten sich aber nur sehr wenige Autofahrer. An der Prüfung würde ich euch empfehlen, in einer Baustelle nicht zu überholen. Die linke Spur ist schon recht schmal. Wenn ihr einen Lastwagen überholen wollt und der schwankt ein bisschen, dann wird es dann sehr, sehr eng. Also bleibt an der Prüfung ruhig auf der rechten Spur. Ihr könnt das ja auch begründen. Wie ihr seht auch hier, das ist nicht wahnsinnig breit. Also es ist alles recht eng. Am besten ist immer auch in der Baustelle, wenn er etwas versetzt fährt. So, jetzt haben wir hier eine klassische Ausfahrt nochmal. Im Baustellenbereich ist natürlich alles ein bisschen enger. Rechts haben wir gerade die Leitplanke. Also da müsst ihr aufpassen. Nach der Ausfahrt unbedingt dran denken. Ihr habt noch den Autobahnmodus drin. Jetzt haben wir da vorne ein Rotlicht. Und häufig passiert es dann, dass die Schüler viel zu spart bremsen. Wie sie sich an die Geschwindigkeit von der Autobahn gewöhnt haben und alles andere sehr langsam vorkommt. Hier haben wir nochmal eine Ausfahrt. Jetzt haben wir das 500m Schild gehabt. Jetzt 5 Leitpfosten abzählen. Ganz wichtiges Tempo immer noch lassen. Also nicht, dass ihr da schon vom Gas weg geht. Oder sogar schon anfangen zu bremsen. Bei 250m den Blinker setzen. Das Tempo auch hier noch lassen. Nachbeobachten. Ausfahren. Und erst jetzt die Bremse. Und wieder in den 4. oder 3. Gang herabschalten. Kupplung lösen. Und schön um die Kurve herum. So, jetzt haben wir nochmal eine Autobahnenausfahrt. Hier ist es ein bisschen anders. Jetzt haben wir von rechts eine Spur, die dazukommt. Und das ist dann gleichzeitig auch unsere Ausfahrt. Also bei dieser Ausfahrt müssen wir einfach einen Spurwechsel machen. Natürlich gut nachbeobachten. Seitenblick kommt alles drum und dran. Blinken. Überfahren. Und jetzt können wir auf dieser Spur einfach bleiben. Und die ganze Spur geht raus. Theoretisch dürft ihr jetzt hier rechts an der anderen Autos vorbeifahren. Sofern das natürlich Sinn macht. So, jetzt sind wir schön rein und raus gefahren. Jetzt können wir mal überholen. Jetzt sehen wir, es kommt noch ein Auto. Das weisse lassen wir vorbei. Vor dem Schwarzen schaffen wir es. Gut beobachten. Seitenblick. Blinken. Und mit Schwung überfahren. Schon Gas geben. Und mit Schwung auf die linke Fahrstreife wechseln. Wenn ihr das Auto, das ihr überholt habt, im Innenspiegel seht, dann hat ihr genug viel Abstand geführt. Dann macht ihr unbedingt den Seitenblick. Blinken und fahren wieder auf die rechte Spur. Ich muss wieder auf die rechte Spur, wenn ihr in den nächsten 200 bis 250 Meter kein Auto überholen könnt. So, und jetzt am Schluss noch die Einfahrt der Autostrasse. Hier wichtig, frühzeitig Gas geben. Ganz früh schon mal im Aussenspiegel kontrollieren. Jetzt sehen wir das helle Auto. Wir bleiben vor dem. Geben kräftig Gas. Seitenblick. Blinken innen. Und auch da erst, wenn ihr in den höchsten Gang sind. Bei der Autostrasse habt ihr in der Regel keinen Pannenstreifen, den ihr mitbenutzen könnt. Bei den Autobahnen, zumindest wenn es keine Baustelle hat, könnt ihr den Pannenstreifen mitbrauchen, wenn ihr sonst nicht reinkommt. So, solltet ihr jetzt mal eine Panne oder einen Unfall haben, dann müsst ihr natürlich wissen, wo die nächste SOS-Säule ist. Auf den Leitpfosten haben das mit dem orangenen Symbol gekennzeichnet. Also in diesem Fall würdet ihr jetzt nach rechts laufen. Die Notrufsäulen sind ungefähr 1 km vornahe entfernt. Also macht es da definitiv Sinn, wenn ihr auf die richtige Seite laufen könnt. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr fühlt euch nach dem Video auch wohl, wenn ihr schneller unterwegs seid auf der Autobahn. Ich danke euch vielmals fürs Schauen. Wir haben jetzt schon 200 Abonnenten geknackt. Mein Jahresziel war eigentlich 100. Ich habe es jetzt auf 500 hochgeschraubt. Mal schauen, ob wir das bis Ende Dezember arbeiten. 500 Abonnenten wäre natürlich cool. Also wenn es euch gefallen hat, liken, den Kanal abonnieren und am besten auch Glocke. Weil dann seht ihr immer wieder, wenn ein neues Video online kommt und ihr werdet benachrichtigt. Also bis dann. Macht's gut. Ciao zusammen.